Arrivierten Athleten ein Schnippchen schlagen. Zweiter Versuch hat geklappt. Es ist wieder Mancini, der gut aus den Blöcken gekommen ist. Simon Graf, Timotei, Mummentaler. Und es ist Mancini, der gewinnt vor Mummentaler. Und Lestrade. 10,38 für Pascal Mancini. Und das müsste eigentlich Saisonbestleistung sein. Ich glaube es, ja. Kein Schweizer in dieser Saison schneller gelaufen. Und auch für ihn natürlich, kann man sagen, eine gute Zeit. 10,38. Er hat eine persönliche Bestleistung von 10,25. Pascal Mancini gewinnt vor Timotei Mummentaler. Bradley Lestrade mit 10,48. Und Enrico Günther dann 10,53. Timotei Mummentaler mit einer persönlichen Bestleistung. Er hat sich um drei Hundertstel Sekunden steigern können. Auch das natürlich eine gute Leistung für den Athleten, der im ersten Jahr der U23 Kategorie ist. Simon Graf, 10,54. Das ist... Die Sie in diesem Jahr der U23 Kategorie ist. Die Die Ere die Ausstone des Erechlands für den Athleten. Und das ist das, was wir sehen hier. Wie geht sich um drei Hundertstelkirchen? Das ist das, was wir sehen.